Hallo Leute, willkommen. Ich wollte doch mal zeigen, was wir denn alles so für Fallen benutzen können und wie sinnvoll die eigentlich sind. Und dafür suche ich mir jetzt einfach irgendwas aus. Außerdem könnte ich ja hier mal den Org-Schlechter zum Beispiel... Org-Schlechter, Org-Schlechter... Ach, der Org-Schlechter, das bin ich und Org-Schlechter ist irgendwas anderes, würde ich sagen. Dann nehmen wir mal den Org-Schlechter. Dann spiele ich jetzt mal mit Org-Schlechter, die... Der Strom... War das ein schönes Level? Ich sag einfach mal ja. Ah, hier haben wir die Dampfwelle bekommen, die können wir auch gleich mal einsetzen. Ich denke mal jetzt zusammen mit dem Decken zum Eimer wird die sogar noch effektiver. Gucken wir es uns mal an, was wir denn mit den ganzen Fallen so machen können. Ich fühle mich den Spalten näher, wenn ich einen verteidige. Als ob sie meinen Kopf mit... Mehr Pfiffigkeit verletzt. Gut, dann schauen wir doch mal, was nehmen wir alles mit. Auf jeden Fall neue Sachen. Das Kravumfass kennt man ja schon. Die Windgörter habe ich auch gezeigt. Die Bogenschütze sind toll. Barrikade ist hier sehr sinnfrei. Ich könnte sie höchstens... Moment, ich könnte sie... Ich könnte hier zumachen. Und sie dann über diesen langen Gang mit meinen tollen Bogenschützen umleiten. Das wäre natürlich dämlich. Das wäre einfach nur dämlich. Okay, was nehmen wir denn alles? Also Bogenschützen hätte ich auf jeden Fall gerne, weil ich würde das Level auch nicht verlieren. Dann... Eine Dampffalle. Warum nicht? Den Zerstampfer. Also was gegen Luft. Das Eisamulett haben wir noch nicht bekommen. Nein, das ist erst beim nächsten Mal. Den Alchemistenranzen nehmen wir noch. Noch die Elektroschocker. Auch noch nicht ausprobiert. Ja, das dürfte es dann auch gewesen sein an Sachen, die ich noch nicht ausprobiert habe, oder? Denkt man schon. Gut. Dann nehmen wir auch die Pfeilwand mit. Und... Die Sprungfäder? Ist eigentlich auch ganz cool. So. Alles mögliche. Was ist das? Eine Säurebombe. Rechts lässt sich die explodieren. Cool. Hey, warum benutze ich sowas nicht? Hey. Hallo. Pats. Nicht schlecht. Okay. Dann würde ich sagen... ...gibt es hier irgendwo eine gute Möglichkeit... ...hier Dickenpfeilen anzubringen. Möglichst so, dass ich damit auch die Fluggegner treffen kann. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Toll. Da. Da wäre eine gute Möglichkeit. Schauen wir doch mal. Sieht zumindest cool aus. Und... ...dann nehmen wir noch. Na, ich glaube dir. Okay. Können wir uns dann gleich mal anschauen... ...wie das eigentlich so funktioniert. Und Dampffallen. Was mache ich mit den Dampffallen? Ich glaube, ich weiß, was ich damit mache. Die kostet ja auch nicht. Äh. Toll. Na, fass. Geh hier hin. Kann man jemals zu viele Fallen haben? Ich glaube nicht. Gut. Was ich damit vorhabe, seht ihr erst, wenn ich wieder Zeit habe, hier noch was zu platzieren. Und... Nehmen wir erstmal die erste Salve-Bombe. Hallo, Orcs! Guck mal, da liegt was. Zack. Hihi. Sehr schön. Na, mal gucken. Mit kleinen Granaten. Quasi. Käsegang. Er ist auf ein Stückchen hochgebrochen. Das ist... ...semi... ...sinnvoll. Das Gefühl. Ist ja schön. Vor allem die schönen Skelette. Schick! Am Streifen ist in Ruhe. Du sollst in Freunden. Ach. Sie sollst in Freunden. Na, mal gucken, ob das... ...was ich vorhabe, funktioniert. Und zwar das hier. Na, ich hab nicht genug gehört. Okay, ich dachte schon, ich kann nichts anbringen. Anbringen. Ich mach einfach hier schön... ...die Decke hoch. Ja. Oh, stimmt. Jetzt hab ich ja schon die Luft gegeben. Toll. Alle kommen... ...alle beide kommen aus dem einen Platz. Und sind zu niedrig für das... ...die... ...das ist arm. Das ist echt arm. Kmeinheit. Na gut. Dann muss ich das nochmal... ...umdekorieren ein wenig. Zack. Ui. Ha, cool. Der war... ...nicht recht. Wie, nicht aus dem anderen Fenster, oder... ...tue ich das einfach irgendwie falsch? Okay. Nur noch welche in der Luft. Hey, da ist nur einer. Wurde der vielleicht zersprotet? Ich weiß es nicht. Muss ich ehrlich zu tun. Na ja. Das hier wird verkauft. Und an derselben Stelle wird jetzt... Oh ja. Hier auch. Ich baue das jetzt da voll. Meine Güte. Muss doch funktionieren. Ja. Viel Spaß. Oh. Was denn? Äh. Nee. Da nimm ich was anderes. Gut. Ah, kein Mana mehr. Das ist dumm. Auch Mana. Zack. Juhu. Nein, nicht gute Energie. Ah, da. Der kostet aber auch viel. Komm, komm, komm. Aber schöne Flächenwäufe. Muss ich schon sagen. Schöne Sache. Nein, Läufer. Läufer braucht immer meine Anziehung. Das sind meine Läufer-Umbring-Anziehung. Ja. Oh, da ist einer mit mir vorbei. Wie ist das denn? Ah, das braucht alles mal. Aber okay. So. Gut, ich hab ein bisschen Zeit. Können wir jetzt hier noch... Nö, ich denke, das ist ganz gut so. So. Ihr macht... Ihr bringt die Gegner nach oben. Also muss das doch eigentlich funktionieren, wenn ich hier noch was hin tue. Hm. Ja. Sagen wir einfach ja. Damit ihr das alles doppelt machen dürft. Darf ich euch runter? Ich weiß, ich hab hier die oben, aber... So ist es lustiger. Viel... Oh, fuck. Ich hab was vergessen. Es liegt ja der, der auf den Blick rein. Also um die Flieger mache ich mir Flieger so. Ihr könnt ja mal schauen. Joach. Ich denke mal, wie viel alles ganz gut ist. Sehr, sehr gut. Jetzt hätte ich hier ganz gerne eine Magelkugel schenken. Man kann ja alles haben. Hier. Aber ihr könnt... Nein, könnt ihr nicht. Ha. Wie gesagt, man kann ja alles haben. So, wollte ich ihnen eine Säurekugel schenken. Sie wollten nicht. Gut, dass ich die Bogen schütze von Anfang an habe. Sehr, sehr gut. Bei mir klingelt es gerade, also muss ich mal kurz pausieren. Bis gleich. Und schon bin ich wieder für euch da. Okay, Spiel fortsetzen. Dahin waren noch ein paar Gegner. Nein, gut. Ich nutze einfach die Zeit, um mir ein paar Bogenschützen hier hinzustellen. Bester Job aller Zeiten. Okay. Und zwar... Ich diene dem Orden. Vielleicht mal drei Stück. Bereit zu dienen. Nennt mir ein Sieg. Da ich ansonsten hier vorne gleich sehr große Probleme kriegen werde. Zack. Oh, da sind noch Leute. Ja, habt ihr noch. Oh, da sind noch Leute. Hey, die Läufer geben auch mal ab und an mich. Schön. Oh, das ist nett. Das sind ja nervig genug, muss ich schon sagen. Sehr nervig. Ja, viel Spaß. Oh, das liegt da so schön und dann... Boom, geht es. Huff, waaah? Da waren ja noch welche. Stimmt ja. Na, kommt her. Kommt her. Hier gibt es genug Vampirhandschuhe für alle. Ah, das mit dem Mana wiederherstellen ist eigentlich eine ziemlich gute Sache. Dann kann man auch sowas machen. Und zack. Und wieder fast volles machen. Okay. So, jetzt möchte ich hier mal ein bisschen konventionelle Waffen einsetzen. Ne, das ist hier viel besser aufgehoben. So. Ja, viel Spaß. No, die Fallen machen ja alles komplett. Gemeinheit. Dö. Ah, das Spiel ist so voller Schaden, heute. Aber warum nicht? Warum nicht? Muss man sich ja nicht in den Trousel lassen. Man kann sich doch an... ...virtuellen Orks auslösen. Oh, wie toll. Das ist eine wichtige Stelle. Sehr schön. Ja, da hinten, das ist auch so fies. Sie werden hochgeschossen. Dann durchbohrt. Und wenn sie das überleben, um die Grenze ein Stück weiter, werden sie sofort wieder zurückgeschossen. Quasi instant. Und dann dürfen wir es nicht ganz normal haben. Ist das toll? Ah, ist so toll. Gut. Zack. Zack. Brauchen wir noch mehr Fallen? Ja, wir brauchen noch mehr Fallen. Nein, wir brauchen jetzt erstmal auf jeden Fall Bogenschützen. Und davon nicht wenig. Nicht wenig. Ich denke, es ist Oga-Zeit. Zack. Und dann geben wir ihm hier noch einen Freund. Bereit zu ihm. Damit die beiden nicht so allein sind. Okay. Damit sie nicht so zu zweit sind. Ach, quasi. So. Ja, schon wieder Flieger. Huch. Hey. Du hast meine Bomben zur Nötung. Das ist gemein. Naja, egal. Ich muss ja auch mal was machen, oder? Das ist ja langweilig. Ja, viel Spaß. Aber die Flieger, die machen wir auch nicht so viel. Einfach mal Bogenschützen. Vielleicht die Luftwalle. Und mein Lord 2 scheint ja doch sehr einfach zu sein. Gut, wundert mich nicht. Wenn es extra dafür gebaut wurde. Okay, Ostens. Ach, da kommen noch ein paar Luftgegner. Nee, das nicht. Das war's. Gut, dann hier noch was hin. Also den Deckenmalmer konnte ich jetzt leider nicht groß einweihen, aber was nicht geht, geht halt nicht. Hier. Oga. Okay. Gut, naja, den Ober machen wir gleich. Oder vielleicht von jedem. Aha. Aber die Handschuhe sind schon schön. Feindlichweise auch nicht rum als Rotten. Also, beziehungsweise sind nicht so wie bei der Armbrust, dass man sich da das Fadenkreuz ewig aufzieht und man eigentlich quasi gar nichts mehr trifft. Das ist großzellig. Na, bin ich tot? Oh, ich werde eigentlich noch so ein Sauberflasch hinwerfen. Naja, gut. Dafür los. Zwei. Hey, dahinten ist noch Geld. Schwendt doch so ungern was. Na gut, dann gehe ich, glaube ich, nicht nochmal. Jetzt in der letzten Welle. Oh, jetzt haben wir den Ober hier. Stimmt ja. Also schön drauf schießen. Nein. Ah, beteiligt. Nichts gut. Und totesamt. Also ich finde, Läufer sind viel schlimmer als Flieger. Komm, fliege. Die frühstücke ich doch. So. Und viel Schaden machen die auch nicht. Och, der Org wollte auch Flieger sein. Och, Menno. Der Arme. Er hatte seine Bestimmung gefunden und starb dabei. Das ist doch schön. Kann man die auch betäuben? Stimmt. Oh, kommt schon. Schick. Gut. Also mal unkonventionell getötet. Trotzdem erfolgreich. Gut, haben wir mal den ganzen anderen, das ganze andere Zeug gesehen. Und wieder. Oh, gar nicht so viel früher fertig geworden. Naja. Okay. Gut. Beim nächsten Mal gibt es dann die Galerie. Und wie weit sind wir schon? Wie viel fehlen noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Stück. Perfekt. Gibt es noch irgendwelche schönen Sachen zu verbessern? Der Bodenbrenner hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Aber dafür brauche ich noch einen Schädel mehr. Und ich weiß nicht, ob ich ihn später so oft einsetzen werde. Naja. Super kravumfass. Hm. Nö. Gut. Das werden wir später entscheiden. Also. Das war wieder eine Folge Orks Must Die. Mit mir, Witze. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.